Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 7 Crisis Square Reunion. Wir spielen genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Es ist der gleiche Aufnahmetag für mich. Das heißt, ich weiß noch ganz genau, was wir das letzte Mal gemacht haben. Das ist natürlich das Geile, denn wir haben Aerith getroffen. Wir sind abgestürzt, haben Aerith getroffen. Sehr, sehr viele Parallelen auch zu Final Fantasy 7 sind hier vorhanden gewesen. Es war sehr, sehr cool. Und jetzt haben wir erfahren, Genesis greift uns an. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Das heißt, wir werden jetzt zum Hauptquartier gehen und dem Ganzen auf die Spur gehen. Wenn euch das Video gefällt, lasst natürlich gerne ein Like da. Ein Abo auf meinem Kanal, würde mich sehr freuen. Mehr Content, schaut gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Da wird es, ja, da ist jetzt die Änderung, weil bis dieses Video hochgeladen ist, wird es die Änderung gegeben. Da gibt es auf jeden Fall noch mehr Content, abseits von YouTube. Und wir starten jetzt rein. Müssen uns jetzt erstmal über den Weg schlagen zum Hauptquartier. Das ist aber nicht so schlimm. Diese Gegner hier sind nicht so stark. Diese Shagayan in Makro-Reaktoren. Vorher waren tatsächlich irgendwie nerviger. Achso, ich muss jetzt über den Markt. Vielleicht da... hin muss. Irgendwie angeblich. Von daraus kommt man zum Chinra-Hauptquartier. Okobo-Modus freischalten. Mehr Accessoires-Plots. Nachdem du folgende Gegenstände in deinem Besitz gehörst, kannst du mehr Accessoires aus. Missionsbelohnung für Exterminierung. Ah, ok. Das heißt, ich krieg's sogar durch optionale Missionen ganz coolen Stuff, den ich nutzen kann. Also, der mir auch Boost gibt oder so. Das Ding ist halt, ich möchte die optionalen Missionen halt nicht alle... Wieder empfohlen oder was? Ok, dann machen wir die Missionen mal eben. Wenn ich schon empfohlen wurde, ist das vielleicht gar nicht so gut gekehrt. Okobo-Feder, ja. Das ist das. Ähm. Wollte ich sagen, wo war ich vorher stinke? Uh, guck mal, wie das aussieht. Oh, die gibt's beim Remake auch. Warum gibt's hier so hässliche Fliecheres? Ah, ich bin aus der Fahne! Oh, guck mal, genau wie ein Feind von Tessau sehen. Ist das cool. Oh. Oh, ne Truhe. Seh ich doch. Oh, man. Wir müssen in den Stall. Oh, wir können nicht in den Stall. Da ist auch noch ne Truhe da vorne. Gedodged. Er ist schlauer als ich. Oh, ja. Ach so, da oben wird sogar angezeigt. Ihr seht's nicht. Das ist hinter meiner Kamera. Da ist sogar angezeigt, wie viel Kuhn es hier gibt und wie viel wir davon haben. Activating Combat Mode. Es gibt vier Stück. Ich hab jetzt drei. Oh, ja. Easy. So, wo ist die Friertung? Wenn wir schon mal hier sind, suchen wir sie. Hier irgendwas sehen. Da komm ich nicht bei. Okay, da ist die Map. Okay. Hier ist die Map auch zu Ende. Hier ist die Map auch zu Ende. Da ist sie. So schön hier. Ich hoffe, das sieht im Remake aus, da aus. Ich bin so gespannt, ob ich da Ende des Jahres glaube ich raus. Das ist der zweite Teil, Rebirth. Wir haben ja schon angekündigt, dass wir auch einiges wieder mal verändert haben. Aber ich bin trotzdem gespannt. Also das erste, der erste, das Remake hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War sehr, sehr schön. Ähm, auch wenn es ein paar Änderungen gab, die ja noch nicht so unbedingt Auswirkungen haben jetzt aktuell, sondern erstmal abgewartet wird, was später kommt. Aber ich fand es schon sehr, sehr cool, die ganze Umsetzung, dass auch wirklich viele Leute wieder eine Persönlichkeit mehr bekommen haben. Die Sprachausgaben natürlich, die Welt ist so schön gestaltet. Und fast alle Zusatzinhalte, die neu dazu kamen, haben sich auch super gut angefühlt. Bis auf dieses Vorratrennen und der komische, überdrehte Typ. Aber, ähm, ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe. Ach, die ist schon wieder. Juffi. Ja. Ich bin kein Sucker. Und ich bin sicher nicht so gut. Und ich bin sicher nicht so gut. Ich bin ein Sucker. Mein Name ist Zack. Also, bist du verletzt oder was? Bist du mir... Ich bin nicht verlassen! Ich bin hier für dein Schmack. Ich bin hier für dein Schmack. Alles, 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 für die Gläuhe. Für die Gläuhe in Wutai. Geht bereit! Hey. Warum nicht nur sagen, dass du verloren hast. Sei ehrlich. Sie... 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 Wir sind wieder was geklaut. Sie... 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 Alles geschafft? Ja, wohl. Sehr cool. De... ich sage es auch ehrlich wir müssen auch noch mal final fantasy 9 bringen ein absolutes favorite game und das habe ich auch nicht auf so ein schönes spiel und das werden wir auf jeden fall noch mal machen aber mir fehlt halt einfach die zeit ist das dieses stehlen ist das bruno ist das auch das kind was man in final fantasy 7 trifft im remake da auf dem dach diese eine der anführer von diesen straßen dieser straßen rollchen da oder wie die heißen da dieses geheim versteckt haben ist es nicht mehr wie der hieß könnte aber sein es ist schreibt es mal in die kommentare ich verspreche den achtjährigen bruno an für meine beziehung die musik jetzt müssen wir die schnellstraße planen könnte da greifen wie ein haufen leute an so wir speichern wer weiß was kommt wer weiß was aber das sieht ja so richtig cool aus hier wieder aber ist da oben der dem auf flügel gehabt da oben dieser komische dieser kasse die schimmel ist doch im final fantasy fertig chocobo ja mann hier dieser Oh, ja, das war's mir doch da. Oh, ja! Oh, ja! All right! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! So, jetzt haben wir die Metz. Das ist eine Wettbewerbung. Das ist eine große Lehmung. Oh, mein Gott. Oh! 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 Let's go! Burn them all! Toll! Wenn das weg... Ha, ha, ha! Dodge, ja! Ha, ha! Auch mal Eis angestiegen? Was? That's enough! I'm in a hurry! I'm in a hurry! Hm. Au! Au! Bring it on! Oh, ha! Man, there's just no end to them! Die Klone sind denn erschaffen? Und wie werden die sich erschaffen? I'll take on all of you! Activating combat mode! So, this is the slums. Something wrong? It's just really cluttered. So, you don't like it? Just the opposite. I'm right at home. Hooray! I knew you'd say that, Zack. Is that really a good thing? You're in for it now! Good luck! Thanks! Oh my god. Oh! Later! Finally, some peace. But they ate a lot of time. Gotta hurry. Or not. Or not. Or not. I guess life's just not that simple. Yeah, yeah. No need to remind me. That's stung. A cut above the usual riffraff, are we? Ha! No problem! That's it! Awa! Betäubt! Au! Au! Ja, geil! Oh, ist das nervig. Oh, ist das nervig. Ja, klar. Ja, klar. Er betäubt mich halt immer. Jetzt schon wieder! Er betäubt mich halt immer. Mach den dann nochmal, um mich nochmal zu betäuben. Oh, was für ein Bastard einfach. Meine Güte. Das ist ja so eine scheiß Fähigkeit, die der hat. Du bist halt in irgendeiner Fähigkeit. Er macht das halt immer mehrmals. What the fuck, ey. Okay. Was hab ich gemacht? Also, was hab ich bekommen? Hey. Stimmt. Er macht das halt nur, ne? Er macht das halt nur, ne? Echt? Warum? Warmont, ist vorbei. Er macht das alt. Er macht das, er macht das neu. Er macht das rechtlich. Wie ist es? Ja, diese Trommel vor dem Gebäude, die ist doch später fertig. Oder nicht? Die wird doch jetzt erst gebaut. Mein Ding, warum sind sie so gegen Schindra? Warum greifen sie nicht mehr an? Warum kröten sie nicht mehr an? Aber Zack, egal was passiert, muss ich meine Ehre schützen. Als lange ich die Buster-Sword. Zack, join in meinem Kampf. Unser敗 ist alles, was schützt. All right. Ich helfe dir. Ja, dieses komische Runde-Gefäß. Ich weiß nicht, was das ist, aber das ist doch später fertig. Im normalen richtigen Spiel. Das ist gut. Hey, sorry. You're late. You're late. Sephiron, you look thin. Hm. On to business. I'm certain Hollander has ordered Genesis to eliminate Hojo. Hojo? As in? Yes. The director of the Shinra Science Department. Hollander believes Hojo robbed him of his rightful position. Then their target has to be the science department upstairs. Forget about Hojo. Same old Sephiroth. Fine. Then you take the lower levels. I'll go outside. Zack, go up. I leave Hojo to you. You got it. Hmm. What is Angel up to exactly? Right now I don't have a clue. But we're fighting together again. That's good enough for now. Alright. The science department is this way. Genesis is a new project. He wants to try everything out. But why? He says they are all responsible for the light. Why? Boom. Also. Au. Oh. Okay. He doesn't matter. Oh. Bring it out the big guns! So was will er? Was will Genesis alles auslös? You can do it Zack. We can do it Zack. Dann hat er noch nicht so richtig was für die Motive von Venetis herausgefunden. Momentan fühlt es sich auch noch so an, dass es so... Kaios der Kiste ist einfach reingeworfen in die Story und irgendwie... Oh, wo ich bin. Oh, hier ist später Genova drin. U-I-H-F-A So steht das wohl. E-Gertrank. Heil, Heil. Professor, are you... Na, der ist auf jeden Fall in Ordnung, weil... Ha, den gibt es ja später auch noch. Kann ich erst die Truhe dahinten machen? Kann hier ja eh nicht raus, wenn ich mal die Truhe holen. Äh. Äh. Äh, äh. Gut, du bist sicher. Könntest du bitte quiet? Hey, das Gebäude ist unter Attacken von Genesis. Their Target könnte dich sein, Professor. Und so, du bist meine Protektion? Insofern, kannst du mit mir kommen, bitte? Degrading monsters are nothing to fear. Uh, are you talking about Genesis? Indeed I am. A memento from a bygone era. When men could deem any unclassified life form an ancient. Unclassified life form? The celestial calamity, Genova. Uh... You need not know of it. Soldier's duty is not to think. Just follow your orders and protect me. Hm. Wo? Woah, looks complicated. Let's try this. What? What's that? What you just did? Was released... Monsters? Too ferocious to be of any use. I'm such timing. I charge... What, me? I will tell you something interesting. The detention cells on 67 are being used to store items. The monsters you just released. Each hold those storage cells. Maybe holding some use. If you're interested, try to get... However, how you take... Honestly, I don't find that very... Even if you fail, there is no need for concern. Did you hear me? If you dispose of the monsters within three minutes, I will not. Okay, but... Tranquilizer... You won't need to worry. This will be a good... Eh. These must be the samples. Oh, die. Ich habe irgendwie eine Nebenquest gestartet, die ich nicht starten wollte. Riese. Stehlen. Müssen wir eben dann Stehlen ausrüsten, ne? Nein. Hier ich komme. Aktivieren die Kombat-Modelle. Bring es an. Ey. Oh, yeah. Ich wäre nur eins, haben wir. Wo sind die Zehlen? There you are. Activating Kombat-Mode. Ha! Break that! Gotcha! Brauchen wir irgendwie MP? Ich habe keinen MP mehr. Das ist halt was. Oh, yeah! Irgendwie klauen die mir MP. Irgendwie klauen die mir MP. Eureka! Activating Kombat-Mode. Out of the way! Ha! 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 Hey, wir haben fast alle. Der letzte denn. Und auf 5, oder nicht? There you! Activating Kombat-Mode. Ha! 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 Training hard, I hope. You better believe it. Leveled up, too. All right. Let's see the results. There. Your data from last month. All right. Bring it. Me from last month. Ha! 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 No improvement whatsoever. Training's over. Ha! Maybe I should leave him with Sephiroth for a while. Ha! See it! Complete result. Oh, yeah! Oh, das waren doch 5, oder nicht? Oh, das waren doch 5, oder nicht? Ah. Nein. Ach so, hier gibt es doch den Zen. You are activating Kombat-Mode. This is what I said. Ha! Ha! Complete result. Oh, yeah! Nice. Here's a cell. If I... Ich dachte schon, der läuft jetzt wirklich lange weg. Ah, der klaut mir einen P. Das ist halt ein Schock-Ding, wo ein Ding drin ist. Aber jetzt klaut der mir einen P. Okay, there's some time left. Good. It's open. Guck mal, was wir hier finden. Stille. Act. Wo ist denn? Ather. Good. Nein, ich gebe 6 Schlüssel, und ich habe 6. 6 Zellen und 6 Schlüssel. 3.000 Gills, auch nice. Loot und leveln. Blitz. Good. Good. Well, the... Ich kann das Klo untersuchen. No. Ach so, doch. Ich dachte gerade, es gibt eine Zelle, die zu spiel. Das ist ja bitter, ey. Good. Und the last one. Wow, Zweige. Und da klar. Okay, perfekt. Das heißt, jetzt noch eben raus. Und dann... haben wir das geschafft. Ja, spinn ich. Nice. Nice. Diese coole Nebenpress haben wir erledigt. Professor! Cleaning! Ah, you disposed of the samples and ransacked every last cell. Hm? First rate work. Hahaha. I was able to acquire some intriguing data, but I locked all the cells once again. No more ex... I must say, this is... That's my data. Don't... Okay. Okay. Aber das speichern wir jetzt auf jeden Fall. Wollen wir weiter machen, weil ich hab das Gefühl, es könnte mal wieder ein Eckhina-Camp. Wahrscheinlich. 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 You seem purposeless. Well, no. I have a purpose. I thought you said I would have some visitors. Are you prepared? To sacrifice your own life to protect this great intellect of mine? Well, I... Well, I... Natürlich. Of course you can count on me. Come and get it is what I say. I'll show them the power of the next generation of soldier firsts. That is most encouraging. Don't lose against some failed project by a second-rate scientist. Oh. Well, look who's here. Hollander sent you. Was sick? Hä? Do you think that if you obey Hollander, he'll stop your body from degrading? Is that it? Pitiful. Just pitiful, I say. Genesis. Da is er ja. Jetzt macht Hojo sein Schwert, ob es da... A second-rate-hack like Hollander couldn't cure a cold. Genesis, that's enough. Ah, what do we have here? My friend, the fates are cruel. There are no dreams. No honor remains. The arrow has left. The bow of the goddess. The entire cast of Hollander's freak show. Shut up, you! Loveless. Act four. Where the two friends challenge each other to a duel. An ancient epic. I read it thinking it might aid my research, but pure drivel. How does the duel end? Unknown. The last act is missing. The last act is missing. And yet to be discovered. There are various theories. The mysterious gift of the goddess. What is the meaning behind it? For us, at least. Hey! Hold it, Genesis! My soul corrupted by vengeance. Hath endured torment to find the end of the journey in my own salvation and your eternal slumber. He's summoning again. Zack, I leave this to you. Cool. Das macht er immer. Das kennen wir schon gut. You can do this. Trust me. Oh. Don't leave me here. Stop. Come back. Ah. Tick. 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 Zorn war Armut. Ja, cool. Auch. Auch. Unverwundbar. Warum schiebt er mich trotzdem weg? Wie frech. Mein Unverwundbar zählt doch noch. Das läuft doch runter. Oh! Oh! ja scheiße macht was ist sehr schwach ich hoffe ich überlebe es ist aber sehr probleme Oh? Nein, das ist nicht weg. Okay. Au. Oh, Tier. Oh, Tier. Schau mir schnell den Chocobo raus, weil dann ist das vorbei, oder? Ja, Chocobo tritt. Jawoll. Nimm das, Son Bahamut. Der war einfacher als der erste Bahamut. Oder ich bin einfach ein Skilled-Tameter. Bildschirmweißes. Oh, Mond. Oh. Where did everyone go? No. Oh. Okay, Kapitel fertig. Das war vergleichsweise kurz, oder? Das war cool. Komm schon, pick up. Who are you calling? Sephiroth. Ich sehe einfach nicht, dass ich ihn mitbekommen bin. Oh, hast du das gehört? Wo es ist, Seferoth hat sich in der Dateroom. In der Dateroom sind die Kommunikations-Devices striktlich verabschiedet. Es ist kein Wunder, dass du ihn nicht beherrschst. Der Dateroom? Wahrscheinlich. Er hat die Geschichte des Schenra-Science-Departements recherchiert. Oh. Aerith, was ist denn? Oh, ich habe was in der Dateroom. Okay, muss ich wieder zu Aerith. My girl is waiting. I'm sorry, Seferoth. Du kannst mich mal. Ich muss erst mal zu meinem girl. Dann kann ich die Welt. Möchte nicht. Dann kann ich durch die Stadt. Also durch die Stadt, ne? Dann irgendwie... Dann kann ich im Foyer... Warte mal, ey. Ein Inspektions-Team von einem neuen Mako-Reaktor-Site kommt in Midgard, um unsere Operation zu sehen, Herr. Aber Inspektions haben sich gemacht... Ich bin ein bisschen über die Begriffe, die die Team- Ich bin ein bisschen über die Team- Ah. Tja, genau. Die... 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 Die Missionen. Wo... Ich kann mir nochmal die Karte machen. Hier? Nein. Warte, da oben stand es doch. Das ist so dumm. Genau, da kriegt man aber diese Missionen. Nee, du nicht. Die... Das ist so dumm. Ich bin ein bisschen weg. Aber in der Wahrheit... Ja. Ja. Wenn du wissen, was ich sagst, was ich dir was... Was ist... Es ist... Ach, das habe ich schon mal gemacht, oder? Nicht? So, ich kann nur aus einer Seite rausgehen, die andere Seite nicht. Nämlich der Eingang. Das geht jetzt direkt nach Regeln. Rechts ist der Ausgang, links ist der Eingang, wird das nicht befolgt, wird erschossen. Ich möchte jetzt auch noch Karten, da oben, oder? Müsste ich, ne? Habe ich hier nicht schon eine Aufgabe, wenn man normal? Genau. Also ich glaube mal, diese so Missionen, die hier so optional sind, die... Werde ich mal irgendwann Off-Stream machen, so, um dann ein bisschen zu leveln oder ein bisschen... Das ist ja nervig. Hey, ihr seid Wu-Tai-Spieler, oder? Was? Hier ist die Intelli, wir wissen, dass er ein bisschen schiebt, die Wu-Tai sind ma... Okay, das muss ja jemand sein. Wirklich? Er ist so... Der andere Tag ging ich zum Köln. Du hast das Monster gehört. Du bist der Wu-Tai-Spieler. Du bist der Wu-Tai-Spieler, Oma. Wu-Tai, Wu-Tai. Wer ist der Wu-Tai-Spieler? Du bist der Wu-Tai-Spieler. Du bist der Wu-Tai-Spieler. Du bist der Wu-Tai-Spieler. Du bist der Wu-Tai-Spieler. Oh. Okay, da kann ich nicht laufen. Wo... Wer ist das? Hier ist doch der Wu-Tai-Spieler. Er hat rote Haare, er muss es sein. Ding für 230 km ab. Den hatte ich schon, ne? Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich muss... Das ist Zack. Ich bin auf dich. Stop da. Zack, die Wu-Tai-Spieler... Ich muss... Das ist die Informationen auf Spie Nummer 2. Dieser hat eine Shinra-Armee-Uniform bekommen. Und wir haben ihn all gegenüber und verletzt. Weil sein Kopf hat geblieben, ich glaube, er würde zurück nach der Shinra-Bildung gehen. Aber... jetzt habe ich eine mission bekommen das ist mein mission machen wir spielen aber irgendwie man hier auch missionen einfach machen irgendwie nur von dem speicher nicht warum das so ist egal ich glaube wir gehen jetzt beziehungsweise ich hoffe dass man die auch später noch mal ja das das möchte ich wenigstens ansprechen wir nehmen wir mal eben die quest hier noch an also der hat sich eine soldaten vielleicht nicht dich im blick ich habe versucht zu schützen was bitte lass mich gehen ich bin nicht eine schlechte Person ich denke du siehst nicht wie ein danke also was ist dein ich bin nur ein Journalist versucht zu verhindern unsere lehrer sind immer zu suchen kannst du mir deine Informationen geben das ist nicht viel zu bedenken danke sicher danke was das gebracht hätte hätte ich mir jetzt nicht gelaufen aber dadurch dass er mich jetzt mit informationen versorgt das kann ja eigentlich ja also ich höre über die grä du bist hilf bist du nicht auch du hast hast du du kannst du hast du kannst Das Gesicht ist eine Drei, aber wenn er Geld hätte. Er ist eine Drei, aber er hat Geld. Er will Lokomotiv überwerben, ja, okay. Das sind keine gute Schwierigkeiten. Geht denn noch irgendwie was? Nee, kann ich noch gerade aus. Ja, schade. Wo ist denn jetzt wohl dieser zweite Wutverspion? Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Oh, je. Angeal? Where have you been? Sorry. I've been a little busy. Yeah, great. Can't reach Sephiroth either. What's going on? Nothing. He's just cooped up in the data room, looking into stuff in the past or something. I see. Whoa! You're taking off? What did you come here for? Genesis and Hollander are in Modeoheim now. Oh. You're reporting. So you're still working? I'm still a soldier member in spirit. I've informed Lizard. They'll pick you up. Oh, Deohheim. Auch nicht. Das ist ja auch noch für mich. Oder was? Ach, ich bin hier wieder. Ah. Du. Was? Finde ich heraus, wie schnell du 20 Materia sammeln kannst. Finde ich. Okay, gill. Habe ich übersehen. Nice. Du bist fertig. So anyway. Alright. Komm. 40, gell? Fuck, Alter. Okay, das ist eine Quest, die sie mir gegeben hat. Ich weiß nicht, kann man diese Mission immer annehmen? Bei den Leuten? Oder sind die irgendwie weg, wenn ich jetzt quasi eine Storywriter voranschaue? Dass ich sie quasi verpassen kann, oder? Nee, kein Bock auf den Ratschspiel. Oh, warte mal, da hinten gibt's auch noch was. Hier vielleicht auch dieser Wutteil Spiegel und sein, wahrscheinlich nicht. Was ist falsch? Nein, er hat gesagt, dass es viel zu sein ist. Also, Uncle? Und er hat... Er kommt zurück! Uncle, wenn ich... Did you keep believing? Yeah. Okay, noch eine Quest. Können wir hier auf dem Park auch noch eine Quest annehmen? Jetzt, wo wir uns mal eben so kurz frei bewegen können. Woher komme ich hier überhaupt hin? Ich muss... Bin doch direkt beim Park. Ist das nicht so? Ja. Lecker, habe ich noch nie vorgehört. Oh, ich kann auch wieder. Du bist wirklich glücklich. Ich bin ein Mitglied der... Sephora. Unser Fanclub ist ein... Wir nur rekrutieren. Huh. All right. Hey! Question 1. What? Weiß ich. Hurry up and... Amune. Hier heißt Sephirots ultimative Angriff. Heiße. Correct. Question 3. Which is Sephirots dominant hit? Fuck. Leute! Ist er links- oder rechts-Händer? Ah. Ich als Fanboy müsste das wissen. Nein, keine Ahnung. Woran... Wo sieht man das wohl? Wo kann man sich dann... Ich glaube, er ist Rechtshänder. Wrong. And you call yourself ass. Yeah, fuck. Will ich das nochmal machen? So your questions. Correct. Question. Correct. Correct. Well done. You are no... Oh. You... Cool. Ich bin nicht im Sephirot. Tankflug. Das ist ja toll. Ich freu mich mega. Ich freu mich mega. No. Let's go to the church. Today. 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 Oh. Zack, ich brauche dich in Modeoheim. Ich weiß. Gib mir einen Moment. Aerith ist nicht da. Problem? Und wie ist es, dass du Aerith? Es ist kompliziert. Wirklich? Hat sie dir nichts gesagt? Nicht nichts. Dann, ich nicht. So viel dazu, Tong. Ich wollte zu meinem Girl. Ich wette, sie ist davon gewesen. Oh. Oh, ne. Was ist passiert hier? Wir sind abgestört. Kurz und schmerzlos. Well, that's a fine. How do you do? Zong! Hey, Leute! Die lagen da gerade neben mir, aber noch nicht. No signal out here. Well, at least we're all in one piece. We'll be all right. Thankfully, we have someone used to this kind of terrain. Yeah, yeah, I'm a country boy. Alright, then. We wouldn't reach the country boy, if we had crashed. So, we're going to need to make up for lost time. Alright. Follow me, then. Okay. Wir sind im Schnee. Auf dem Weg nach Modeuheim. Was wir auf dem Weg erleben. Was ist da alles passiert? Und was wir im Modeuheim zu erwarten haben, sehen wir beim nächsten Mal. Denn die Zeit ist schon wieder rum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt. Meine Freunde, dass ihr sie lieben. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss. Ich bin.